So, liebe Zuschauer, ich grüße Sie zum jetzigen JFD Live Trading TV am Montag, 13. Juli 2015, kurz vor dem US-Start. Was macht der Goldpreis? Der sinkt unter seine True Range. Die letzten 14 Tage, voll ausgereizt, wir sind schon über 12 Dollar heute gefallen, wohl bemerkt. Da sehen wir hier sehr schön, wenn wir uns den Tagesschart anschauen, an dieser Stelle. Und da gehen wir jetzt mal direkt kurz drauf ein. Wir hatten in der vergangenen Woche zum Ende der Woche nochmal gemutmaßt, dass es hier eine Erholungsbewegung in Richtung 1165 geben könnte. Letztlich hat der Preis ja sogar ein Stück drüber geschaut. Grundsätzlich dieses Level, wir verwandeln es jetzt in eine Red Zone, ist der Widerstandsbereich, der auch hier unmittelbar seine Bestätigung fand, findet heute zum Wochenauftakt. Und die Ziele, die hier hinlänglich benannt wurden, 1142 und 1132 auf der Südseite, sollten jetzt erreichbar sein. Also entweder hat der Goldpreis vielleicht morgen hier nochmal die Ambitionen, hier nochmal ein Stück nach oben aufzudrehen. Das kann passieren, das kann man nicht ausschließen, kann man generell ja nie ausschließen, dass es hier noch Erholungsimpulse jeglicher Art gibt. Das muss man natürlich hier an dieser Stelle immer wieder unterstellen, dass der Markt, natürlich auch der Goldpreis, sich hin und wieder immer mal wieder einer Erholung hingeben kann. Aber generell bleiben die Zeichen hier auf Sturm. Und das heißt, selbst wenn es morgen einen kleinen Erholungsimpuls geben sollte, unterhalb von 1165 Dollar auf Tagesbasis, ist hier der kurzfristige Short sozusagen zu begrüßen. Und dies würde auch hier sehr gut harmonieren mit einem Rücklauf eben bis zu dieser unteren Trendlinie dieses Trendkanals. Und ich hatte unlängst schon begonnen hier immer wieder das Ganze hier mit so ein paar Pfeilchen noch zu versehen, damit man gerade als jemanden, der den Chart nicht so häufig betrachtet, immer sehr schnell neben den Trendlinien selber auch die entscheidenden Punkte sieht, um hier sozusagen festzustellen, aha, hier bildet sich ein Trendkanal. Hier hat sich eine Range gebildet, eine Range ausgebildet, die sich hier entsprechend weiter fortsetzen kann. So, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier entsprechend einen Tief ausbilden, wäre technisch perfekt, wenn wir eben hier weiter zurückfallen. Wir sind eben aber jetzt aktuell, das sagte ich ja schon, auch schon unter die True Range gefallen. Also hier unter die Spanne der durchschnittlichen Bewegungsintensität der letzten 14 Tage. Und das heißt natürlich, dass hier rein technisch jetzt nicht mehr so das Große, das Riesenpotenzial ist. Wir gehen mal kurz hier auf den Gold. Chart ein im Metatrader 5. Wir schauen mal hier auf den M15 gerade, wird es sehr gut deutlich. Wir sehen heute hier die Intraday-Bewegungen. Hier vor Monats tief, vor Wochen tief, also tief, 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 tief. Hier haben wir das Vortagestief hier vom Freitag. So, unterschritten wurden hier ganz sauber in dieser High-Movement-Kerze. Die war sehr, sehr deutlich, sehr, sehr dynamisch. Heute Morgen direkt schon, dann gab es hier einen kleinen Rücklauf. Hätte man hier sogar einfangen müssen. Ich hätte das technisch in jedem Fall in dem Video erfassen können. Sie sahen hier schön den Abverkauf. Klassischer Pullback. Schauen Sie sich das an. Das ist lehrbuchreif. An das Vortagestief zurückgelaufen. Und dann hier abgeprallt. Und seitdem ging es, selbst wenn man die Kerze abgewartet hatte, hier praktisch ein Long-Ledge-Doji. Also hier ein Doji mit großem Kerzenkörper. Von diesem Niveau ausgehend mit dem Opening der nächsten Kerze ging es dann hier nochmal satte knapp 5 Dollar bereits hier nach unten. Und das bei einem sehr, sehr überschaubaren Risiko von 1,55 Dollar im Höchstfall. Ja, das ist hier ein sehr, sehr attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis gewesen. In dem Fall haben wir es jetzt nicht eingefangen. Aber technisch hier eine grandiose Vorstellung, die hier abgeliefert wurde. Obgleich jetzt, wie gesagt, interessant ist, dass wir hier die True Range bereits deutlich unterstritten haben. Sie sehen es hier an diesem roten Banner. Normalerweise ist das grau gestrichelt. Da sind wir jetzt drunter gerutscht. Und wir haben aktuell schon 13,26 Dollar nach unten absolviert. Im Schnitt sind sogar hier in der True Range auf 14 Tage bezogen nur 11,14 Dollar. Wir sind also hier knapp 2 Dollar schon über dem Maß unterwegs. Was sich jetzt entweder in einer Beschleunigung darstellen kann oder aber auch in einer Beruhigung. Letztlich das Vorwochentief ist hier interessant, bleibt hier interessant. Wenn wir hier nochmal auf den Tagesschart gehen, oder an der Tief der Vorwochen vielmehr, wäre natürlich hier das Niveau um 1142 zu nennen. Das sich dann hier geradezu anbietet. Vorwochentief, hier dieses Niveau 1147,21. Diese Kerze hier, das ist das, was praktisch uns hier im Metatrader angezeigt wird. Im Sinne des Vorwochentiefs, welches wir hier unmittelbar vor uns haben. Ob wir das heute erreichen, das muss man sehen. Das sind im Prinzip ja hier noch knappe 5, 6 Dollar. Das wäre schon eine relativ starke Range für den Auftakt. Kann alles sein. Aber letztlich ist der Goldpreis hier mit diesem heutigen Intraday Setup eigentlich schon erschöpft. Hier gibt es jetzt nichts mehr zu tun. Es sei denn, man ist drin. Dann bieten sich hier gerade in Erschöpfung der Range sicherlich Teilverkäufe ein. Rest of Breaking absichern für den Fall, dass der Markt hier nach unten weiter schön durchsagt. Aber wie gesagt, letztlich haben wir Freitag ja auch schon die Short-Prognose ausgeworfen. Und danach sieht es jetzt hier auch sehr schön aus. Schauen wir uns noch ganz kurz den Stundenchart mal an, bevor wir dann in den nächsten Tagen, Schrägstrich auch vielleicht morgen in einer Sendung, den Goldpreis dann nochmal auf größerer Basis hier im Wochenchartintervall unter die Lupe nehmen. Hier, wie gesagt, jetzt interessant, dass wir in Richtung 1147,21 zurückfallen. Das ist hier der Stundenchart. Links, den machen wir direkt mal groß. Kopieren auch nochmal hier entsprechend die Hausnummer rein. So. Und damit haben wir im Prinzip hier alles abgehakt. Hier in der vergangenen Woche am Freitag hatten wir ein leichtes Aufwärtsmomentum. Der Freitag ja auch der bullischste Wochentag beim Goldpreis. Mit 50 Prozent ist nicht wirklich die grandiose Leistung, aber immerhin noch ein knapp positiver Wert, beziehungsweise Patz-Situation in den anderen Tagen hat der Goldpreis ja sichtliche Schwäche, rein statistisch. Grundsätzlich hier am vergangenen Freitag sehr, sehr interessant gewesen die Situation, dass wir uns hier am Donnerstag schon hochgearbeitet haben. Dann hier am Freitag hier im Stundenchart kurzfristiger Widerstand, der sich hier auch bestätigt hat. Das ist jetzt im Übrigen auch nach oben der Deckel hier. 1165 sowieso auf Tagesbasis jetzt hier im Intraday-Bereich noch ein Stück weit tiefer. 1164 unterhalb dessen bleibt der Bär hier ganz klar im Vorteil. Insofern, der Goldpreis dürfte mit Blick auf die nächste Zeit noch günstiger zu erhaschen sein, wenngleich man natürlich hier den Goldpreis in Euro immer noch mit einer anderen Hausnummer versehen muss. Aber auch das wissen Sie, wenn ich Ihnen jetzt nochmal den Ausblick so ein Stück weit gebe, wenn man da von Ausblick sprechen kann, denn die Saisonalität ist natürlich kein Abziehbild, aber mit Blick auf die nächsten 20 Tage ist die saisonale Tendenz relativ eindeutig. Bis Ende Juli geht es hier rein saisonal weiter nach unten. Deswegen sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir hier die Vorwochentiefs, Schrägstrich die Vormonatstiefs, gegebenenfalls neue Verlaufstiefs ausbilden. Insofern, danke fürs Einschalten. Wir gehen nachher nochmal on Air, wenn wir die US-Märkte nochmal kurz unter die Lupe nehmen. Mal sehen, was da sich heute noch tut. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, meine lieben Zuschauer. Wenn Sie mögen, kommen Sie morgen wieder bzw. schalten Sie später ein. In einer knappen Stunde spätestens sind wir für die US-Märkte am Start. Ich sage danke fürs Einschalten, Ihr Christian Kemmerer und Tschüss.